Die Suhoi Su-57 testet einen neuen Waffentyp. Berichten zufolge flog der Stealtviegter erstmals mit Hyperschallraketen im internen Waffenschacht. Bald schon soll auch scharf geschossen werden. Derweil wird spekuliert, um welche Rakete es sich handeln könnte. Eins ist schon mal sicher. Die Kinschal war es nicht. Was die Su-57 bei ihren, von Ria Novosti gemeldeten, Testflügen im Waffenschacht spazieren führte, muss deutlich kleiner ausfallen als die bereits bekannte Luftbodenrakete KH-47M2, genannt Kinschal, die Russland als Hyperschallwaffe bereits an der MiG-31 testete. Denn die KH-47M2 misst in etwa 7 Meter, und ist damit viel zu groß für den Rumpfschacht der Su-57, der nur Bewaffnung bis zu einer Länge von gut 4 Metern aufnehmen kann. Spekulationen darüber, was sich dann stattdessen bei den Tests im Inneren der Su-57 verbarg, sind damit Tür und Tor geöffnet. Denn auch Ria Novosti nennt wenig Details, nur, dass die Rakete in der Tat klein sei, und vor den Flugtests am Boden auf ihre Passgenauigkeit geprüft wurde. Mit anderen Worten. Es scheint sich um eine maßgeschneiderte Waffe für die Su-57 zu handeln, klein genug, um im Waffenschacht des Stealthjets zu versinken, und nach Abschuss den Feind am Boden zu bekämpfen. Denn immerhin mit dieser Information kann Ria Novosti aufwarten. Die neuen Waffen gehören zur Luftboden-Klasse, und sollen vorrangig Ziele wie feindliche Luft- und Raketenabwehreinrichtungen, Radarstationen, Marschflugkörper und taktische balistische Raketenwerfer treffen. Scharf geschossen wurde indes bisher nicht. Bei den Testflügen transportierte die Su-57 vorerst nur Dummy-Raketen, ohne Sprengkopf, Treibstoff und Antrieb, allerdings in Größe, Form und Gewicht identisch mit funktionsfähigen Pendants, wie es heißt. Auch ein aktiver Suchkopf und voll funktionsfähige Elektronik seien in den Raketen verbaut gewesen, um die Schnittstelle der Munitionselektronik mit der Bordausrüstung des Trägerflugzeugs zu überprüfen, zitiert Ria Novosti einen Insider. Wie dieser weiter ausführte, sollen erste Schusstests mit der neuen Waffe in naher Zukunft folgen. Die Spekulationen über den Raketentyp könnten dann in die nächste Runde gehen.